Hey Freunde, willkommen wieder zu einer neuen Folge von NETGOALT, die Demo natürlich und wir starten. Also, zu dem Spiel muss ich ja nicht viel erklären. Es ist ein Hordenspiel, also du musst, also eher beim Spiel als ein Hordenspiel, du musst so lang wie möglich überleben. Und das ist gar nicht so leicht, sogar. Die lassen keine Ruhe. Und das Problem ist, man merkt gar nicht, ob sie dir Leben klauen. Okay, 30 Schaden. Geschwindigkeit sehr... Guck, da haben wir direkt ein Leben verloren und wieder. Also, da muss man wirklich aufpassen. Okay, zwei Leben ist schon mies. Ähm... Oh. Ein HP. Das ist mies. Du musst halt hier deine Runden latschen. Jetzt wird's mies. Jetzt kommt größere. Feuerrate. Die sind aber auch dutzende Level. Zack. Zurück. Und man kann anscheinend deine Skills ja leveln. Okay. Uns fehlt nicht mehr vier bis Level zwölf. Hm, okay. Oh, da kommt eine Horde. Die sind... Oh nein, ich bin tot. Wir, äh... Erneut versuchen. Okay. Ach, das kann man wegmachen. Keine Ahnung, was das überhaupt ist. Wir dürfen kein Leben verlieren. Aber nicht so leicht. Weil wenn du ein paar tötest, braucht der Rest wieder auf. Hm. Und die ersten Level sind immer schwerer. Gehen aber auch schneller. Direkt Level. So, Schaden. Ja, das ist gut. Hier war jetzt Movement sehr krass. Na guck, leider erwischt. Schade. Geschwindigkeit wird uns richtig... Muss ich ehrlich sagen. So, XP. Hm. Das da. Jetzt kommen die Pilze schon. Okay, okay. Pilze wollen Stress. Ich komm hier nicht lang. Nein, ich steck fest. Pilze. Böse Pilze. Ich spiel nicht mit euch. Nein, ich krieg keinen mehr down richtig. Hier oben ist All-A-Moder-Loot. Müssen wir auf Schaden gehen? Was ist das? Das ist neu. Nö. Was ist das? Oh mein Gott. Level 15. Wir haben Level 15. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was geht ab? Hä? WTF? Oh mein Gott. Ich krieg... 1000... Alter. Ich krieg alle Erfahrungspunkte. Jo, ich saug alles ein. Das war ja krass grad. Ja, was für ne riesen Armee auch. Das war richtig krass. Nehmen wir mit. Wir kriegen jetzt doppelt so viel Erfahrungspunkte. Was ist das? Oh mein Gott, wie sieht der jetzt aus? Sieht ja voll widerwärtig aus. Aber auch cool. Muss ich euch sagen. Wir haben schon fast 1000 Tote. Also fast 1000 solcher Viecher gekillt. Schon krass. Zack. Level Up. Erfahrung. Feuerrate. Radius. Erfahrung. Ich glaub das bringt mir... Stoppen. So, hier hin. Zack. Gut, läuft doch gut. Fragungsprinkel mal mitnehmen hier. Und... Da wird's schon ein bisschen kritiker. Die alle umzuhauen. Oh, was ist das? Ja, damit... Läuft sehr gut. Okay, die 1000 Tote haben wir schon mal. Also 1000 Kills. Zack, jetzt wird's immer schwieriger. Erfahrungspunkte zusammen. Sonst sind es für komische Geisterwesen geworden. Genau. Erfahrungspunkte alles schön mitnehmen. Zack, 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 zack. Perfekt. Plus, Radius. Plus. Radius. Muss echt sagen, ich nehm Radius. Wow, was für Level, Alter. Oh, hier. Plitz. Sehr gut. Radler. Die Musik ist auch ganz chillt. Muss ich erst dran. Geht klar. Oh, komische Serien und Pilze. Und hier unten ist jetzt wieder mal schön XP. Perfekt. Oh, Schaden klingt gut. Schaden. Wir müssen nochmal Damage wieder machen. Gut, das war gut. Ich bin da rausgekommen. Jetzt wird's mies. Jetzt werden's richtig viele. Also, die ploppen jetzt also aus Geistern. Genau, das will ich da. Was ist das da? Das kleine Säckchen. Genau. Erfahrungspunkt. Durch. Feuerrate. Oder. 30 Damage plus. Das gefällt mir schon mal. Ach, die werden zu Geistern. Guck an. Okay. Einfach zu spooky Spooky Geistern. Neues upgrade für die. Das war wieder gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz schnell hoch. Genau so. Da liegen auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Level up. Schaden. Schaden 15. Gut. Geh, hierhin. Zack. Unsere Waffe macht halt kaum noch Schaden. Aber es müssten wieder ein paar tot sein. Boah, 1600 Monster. Besser als letztes Mal. Oh, das ist böse gewesen. Jetzt haben wir's Level up hier. Und Level up. Oh Gott. Ein HP vorne. Bau. Feuerrate. Oh mein Gott. Ein HP. Ein Leben. Ich will nicht sterben. Wir gucken, wie weit ich bin. Ich bin so weit. Ist es dumm, am Rand hier zu gehen? Ich glaub schon. Okay. Läuft sehr gut. Okay. Zack. Boah, hier Erfahrungsguter. Oh mein Gott. Jetzt hab ich wieder das. Schaden. Geschoss. Schaden. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Erfahrung. Geschoss. Schaden. Schaden. Oh mein Gott. Bei Level 30 sind wir gestorben. Okay, lass mal zum Hauptmenü wieder. Weil wir können doch... Stärken. So. Den Typ haben wir jetzt mal gestärkt. Zurück. Und spielen. Der Typ wurde jetzt gestärkt. Komm, wo kommen sie denn da? Wir sollen direkt am Anfang hier ein bisschen machen. Direkt. Und kein Leben am Anfang verlieren. Komm. Komm, mein Kleiner. Der da. Einspringen. Kreis, zack, XP. So viele am Anfang kommen. So, Freunde. Das ist die letzte Runde, wenn nicht der... Das ist vorbei. E. Komm. Gehe ich so weg? Nein. Sind einfach zu heftig. Noch. Kann aber recht viele schon weg. Manche, ich brauche mal auch kaum Kristalle. Okay, letter. Geschwindigkeit. Sehr gut. So, hier rüber. Dann einfach weiter drauf ballern. XP mitnehmen. Zack. Geschoss. Geht nicht. Dann halt das. Ich kann gerade das Geschoss nicht mitnehmen. Okay. Das war gut. Kommt schon der Feige. Okay. Ah, Level. Herz verloren. Schade. War zu früh. Okay, ich krieg die nicht. Oh. Oh mein Gott. Laserstrahl. Oh, scheiße. Zweites Herz. Okay, okay. Und schnell durch. Läuft gut. Zerballern. Oh, was? Ich habe mein Herz verloren. Habe ich gar nicht gemerkt. Erfahrungspunkte mitnehmen. Mal ganz hoch. Mal gucken, was passiert. Man, dadurch. Ne, ist eine Barrier da. Okay. Oh no. Okay. Ja, Freunde. Wenn euch diese Folge mal wieder gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und ein Like. Wir sind kurz vor den 50 Abonnenten. Und kommentieren, natürlich. Und ciao.